Kinder und Jugendliche verbreiten Pornos. Und zwar von Kindern und Jugendlichen selbst. Das klingt ziemlich abwegig, ist aber Realität. Wir haben festgestellt, dass es zu einer deutlichen Zunahme von Kinderpornografie in sozialen Netzwerken gekommen ist. Warum machen Kinder und Jugendliche sowas? Wie kommen sie da überhaupt ran und wie sieht die Rechtslage in Deutschland aus? Das sind wichtige Fragen, auf die es in diesem Video Antworten gibt. Eine neue Folge MrWissen2go exklusiv. Stellt euch mal vor, die Polizei sucht nach Tätern, die Kinderpornos verbreitet haben. Sie klingelt dabei überall, will aber nicht Erwachsene sprechen, sondern Kinder und Jugendliche selbst. Das schockt. Bei dem Thema denkt man ja eigentlich sofort an einen Ring von Sexualstraftätern oder einzelne Erwachsene. So geht's mir zumindest. Nicht aber in dem Fall der bundesweiten Razzien im Oktober 2019. Da sollen 14- bis 26-Jährige kinderpornografische Fotos über soziale Netzwerke geteilt haben. Quasi gingen unter Minderjährigen Videos einer Vergewaltigung eines Jungen in Afghanistan und eines von zwei Kindern in den USA herum, die schwere sexuelle Handlungen vornehmen. Aber ist das schon Verbreitung von Kinder- und Jugendpornografie? Schauen wir uns mal an, wie die Rechtslage dazu aussieht. Laut Strafgesetzbuch spricht man von Kinderpornografie, wenn pornografische Darstellungen von sexuellen Handlungen von, an oder vor Kindern vorgenommen werden. Kinder, das sind unter 14-Jährige. Passiert das bei 14- bis 18-Jährigen, dann nennt man das Jugendpornografie. Bei der Razzia haben die ZIT, die Zentralstelle zur Bekämpfung von Internetkriminalität, der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und das Bundeskriminalamt in Wiesbaden zusammengearbeitet. Und vom BKA wollten wir wissen, was kam denn dabei heraus und war das ein Einzelfall? Es ist leider kein Einzelfall und deshalb haben wir auch diese Maßnahmen durchgeführt. Wir haben seit 2017 ja einen stetigen Anstieg dieser Fallzahlen gehabt, wenn es um diese Verbreitung von Kinderpornografie in sozialen Netzwerken geht und dass vielfach Jugendliche und Kinder und junge Erwachsene hinter diesen Verbreitungshandlungen stehen. Zunächst hat das natürlich einen sehr tiefen Eindruck hinterlassen, wenn die Polizei vor der Tür steht. Wir haben auch viele Speichermedien sichergestellt, Laptops, Computer, insbesondere auch das Smartphone oder Spielekonsolen. Auch das hat eine Wirkung entfaltet. Also scheint so zu sein, dass es vielen nicht wirklich bewusst war. Sie haben ihr Handeln nicht reflektiert. Sie haben es, so wie Sie gesagt haben, aus Spaß gemacht. Sie haben sich amüsiert. Sie haben diese Aufnahmen ja oft auch mit lustigen Kommentaren versehen. Sie waren sich möglicherweise über ihr strafrechtliches Handeln nicht wirklich im Klaren. Ein Täter hat allerdings ganz deutlich gesagt, dass er wusste, dass er eine Straftat begeht. Er hat aber nicht damit gerechnet, dass die Polizei ihn aufspüren kann. Er dachte, das bleibt folgenlos. Dass Minderjährige selbst Kinder- und Jugendpornos verbreiten, ist also kein Einzelfall. Freiburg, Dezember 2018. Die Polizei beschlagnahmt sieben Handys von Schülern der fünften bis zehnten Klasse. Sie sollen über WhatsApp Kinderpornografie verschickt haben. Oder Stuttgart, April 2019. Laut Staatsanwaltschaft Stuttgart hat die Polizei 24 Handys im Unterricht bei einer neunten Klasse eingesammelt. Sie sollen im Klassenchat auch Kinderpornos versendet haben. Dabei ist die Höchststrafe ab 14 Jahren allein beim Besitz zwei Jahre Gefängnis oder eben Jugendgefängnis. Wer das Ganze verbreitet, dem drohen sogar bis zu fünf Jahre Gefängnisstrafe. Warum machen Kinder und Jugendliche das also? Naja, mit rund 14 Jahren sehen Kinder und Jugendliche heute zum ersten Mal Pornos im Internet. Das fand eine Studie der Universität Hohenheim und Münster heraus. Der Zugang ist ja auch einfach. Ein Video, das sich mit den Gefahren von Webcam-Sex auseinandersetzt, das habe ich euch hier oben mal verlinkt. Da haben wir das auch schon mal am Rande gestreift. Kinder- und Jugendpornografie findet man dagegen nicht so einfach im Netz. Google, Facebook und auch YouTube löschen solche Inhalte durch spezielle Suchfilter. Ein kurzer Test. Ich gebe bei der Google-Bildersuche das Stichwort Kinderpornografie ein. Und es erscheinen nur diese Themenbilder von medialen Berichten und Vereinen für Opferschutz. Ein Verein ist Dunkelziffer e.V. aus Hamburg. Jeden Tag helfen hier Psychologen Opfern von sexueller Gewalt bei der Traumabewältigung. Auch mit den Tätern kennen sie sich aus. Ich treffe mich mit Sarah Burfeind, einer Fachberaterin des Vereins. Von ihr will ich wissen, warum machen Kinder und Jugendliche so etwas? Warum tun sie Gleichaltrigen sowas an? Und welche Rolle spielt das Netz dabei für die Opfer? Es ist grundsätzlich bei Kindern und Jugendlichen oder bei uns allen so, dass es eine große Distanz zu Bildern oder Videos gibt. Also man versetzt sich nicht wirklich automatisch in die Lage von der Person, die da auf dem Foto real gerade etwas erlebt oder real gerade in einer Situation ist. Oder man will diese Gefühle vielleicht auch nicht immer unbedingt sofort selber zulassen, sondern sieht das erstmal als was Schockierendes oder was Witziges oder was Krasses, was Aufmerksamkeit erregt. Und deswegen wird das weitergeleitet, so das zu teilen auch. So guck mal, was ich hier jetzt Krasses gesehen habe, um auch Likes zu bekommen, Follower zu bekommen, egal zu welchem Preis unter Umständen. Der Drang ist sehr, sehr groß. Aber warum dann die Faszination für Kinder, für Jugendpornografie? Die könnten doch auch einfach in Anführungszeichen normale Pornosachen verschicken. Warum jetzt gerade das? So ein normaler Erwachsenen-Pornoclip ist vielleicht nicht mehr schockierend genug oder aufmerksamkeitserregend genug. Und es muss immer noch mal ein Stück weit getoppt werden. Also wenn ich darüber mit Kindern und Jugendlichen spreche und einfach mal wirklich sage, was fühlst du dabei, dann ist es ganz oft Ekel, Angst, Wut, auch auf das, dass da sowas jetzt die Runde macht. Und diese Gefühle so zuzulassen bei so einer Bilderflut, das ist denen manchmal zu heikel. Wie sieht das bei den Opfern aus? Was macht das mit denen? Wenn Missbrauchsabbildungen die Runde machen, dann hört dieser Missbrauch ein Stück weit auch niemals auf. Dann ist das für die Kinder und Jugendlichen, die auf diesem Fotomaterial oder Videomaterial zu sehen sind, eine Erniedrigung sondergleichen. Ja, aber nicht nur aus Spaß, um cool zu sein und dazuzugehören, verbreiten Kinder und Jugendliche solche Bilder und Videos. Man muss das Thema um einen zweiten Bereich erweitern, der vielleicht viele von euch betrifft. Laut einer Studie der University of Texas von 2018 sexten immer mehr Minderjährige. Sexting, das kennt ihr wahrscheinlich, da stecken das Wort Sex und das Wort Texting drin. Man schreibt und verschickt also sexuelle Nachrichten und Bilder per Messenger. Gesetzlich ist es okay, aber wer auf Senden klickt, verliert in dem Moment die Kontrolle. Ein Nacktfoto, das nur für den eigenen Freund, die eigene Freundin gedacht war, kann ganz einfach weiter verschickt werden oder sogar in den sozialen Medien geteilt werden. Ist die Person auf dem Foto unter 18, ist auch das Verbreitung von Kinder- oder Jugendpornografie und strafbar. Ich wollte von euch wissen, welche Erfahrungen habt ihr denn schon mit diesem Thema gemacht? Einer von euch hat mir geschrieben, dass er sich als 16-Jähriger mit Nacktfotos von seiner Freundin gebrüstet hat. Und erst Jahre später erkannt hat, was er da eigentlich wirklich gemacht hat. Eine andere Zuschauerin schrieb mir, dass sie schon mit 13 Jahren ihrem Freund Nacktfotos schickte, weil er sie darum gebeten hat. Aber die wurden immerhin nicht veröffentlicht. Erschreckenderweise haben aber auch viele von euch erzählt, dass die Bilder ohne euer Einverständnis an Dritte weitergeschickt wurden. Eine davon ist Jennifer. Den Namen haben wir geändert, denn sie will nur anonym per Chat von ihrer Geschichte erzählen. Ich habe in der Schule jemanden getroffen, der mir gefiel. Wir schrieben damals, um uns besser kennenzulernen. Wir schrieben meine Zeit, bis er mich nach Nacktfotos fragte, worauf ich einging. Und was ist dann passiert? Später zeigte er die Bilder rum und machte sich lustig. Und die ganze Schule bezeichnete mich als Schlampe oder Notgeil. Sie erzählt mir weiter, dass er dir auch im Internet gepostet hat. Damals war Jennifer erst 12 Jahre alt. Ich will wissen, wie sich das für sie angefühlt hat. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Er hat mich so verletzt und ich habe mich geschämt. Das Schlimmste waren nicht die Bilder, sondern die dummen Sprüche und Kommentare, die man bekommt. Nur da man einen Fehler gemacht hat. Ein halbes Jahr ging das so. Sie hätte nie daran gedacht, dass er sie veröffentlichen würde. Jennifer war auch nicht bewusst, dass sie ihn wegen der Verbreitung von Kinderpornografie hätte anzeigen können. Ich will noch wissen, ob sie das wieder machen würde. Ich habe daraus gelernt. Habe seitdem nie wieder so etwas verschickt. Im Endeffekt hat es mich sogar stärker gemacht. Trotzdem wünsche ich sowas niemandem und rate auch Freunden davon ab. Ja, das sind wirklich Erlebnisse, die man niemandem wünscht. Motive für die Verbreitung können auch Mobbing, Eifersucht oder Hass sein. Und da gibt es noch viele weitere. Nur wenige Menschen sprechen offen darüber. Aber wieso wird nicht jeder gestellt und bestraft, der sowas macht? Wer Kinder- und Jugendpornografie sieht, der kann sie bei der Polizei oder anonym bei der Seite Netzverweis melden. Aber dadurch sind die Täter ja nicht unbedingt gestellt. Das Problem liegt laut Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt woanders. Aktuell ist es so. Die meisten Hinweise bekommt das BKA aus den USA. Denn dort melden Anbieter wie Yahoo oder Microsoft der Nichtregierungsorganisation NCMEC, das steht für National Center for Missing and Exploded Children, wo verbotenes Material hochgeladen wurde. Die gibt dann die IP-Adressen an das BKA weiter. Aber genau die können technisch und gesetzlich nicht jede Nachricht entschlüsseln oder jeden Besitzer der IP-Adressen, die das Material hochgeladen oder verschickt haben, auch ausfindig machen. Aktuell versucht die Polizei gegen die Verbreitung durch Kinder und Jugendliche selbst mit Präventionsmaßnahmen, wie eben der Razzia, über die ich am Anfang gesprochen habe, abzuschrecken. Und fordert die Haftdauer zu verdoppeln. Der Bundesmisstraußbeauftragte Johannes Wilhelm Röhrig fordert auch ein neues Schulfach Medienkompetenz, um zu lernen, verantwortungsvoll mit Medien umzugehen. Aber ob das wirklich reicht? Das kann man durchaus bezweifeln. Ist schwierig. Vielleicht habt ihr ja auch einen Vorschlag. Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Was für ein Fazit können wir daraus ziehen? Naja, Fakt ist, auch unter Minderjährigen verbreiten sich Kinder- und Jugendpornos immer mehr. Das können schwere Sexualverbrechen sein oder aber auch Bilder und Videos, die man selbst nur für bestimmte Personen erstellt hat und ihnen dann plötzlich weitergeschickt werden. Die Motive sind dabei ganz unterschiedlich, angefangen bei Spaß, Gruppenzwang oder auch Mobbing. Aber beides ist strafbar. Wer Aufnahmen sieht, sollte sie melden, denn die Opfer leiden oft ihr ganzes Leben lang darunter. Mich würde da an dieser Stelle mal interessieren, welche Erfahrungen habt ihr denn bisher mit diesem Thema gemacht? Seid ihr auch in irgendwelchen Gruppenchats drin, in denen schon Bilder oder Videos verschickt werden? Oder habt ihr selber mal solche Sachen bekommen, vielleicht sogar ganz privat was weiter verschickt und plötzlich haben es auch andere bekommen? Schreibt es gerne unten in die Kommentare und bitte bleibt fair und sachlich bei diesem heiklen Thema. Ein weiteres Video hier neben mir, da geht es um das vorhin schon angekündigte Video zu Webcam Sex und direkt darunter ein Video der Kollegen von Funk. Danke an dieser Stelle an Jacqueline, die das Ganze hier redaktionell an den Start gebracht hat. Auch Dankeschön an Tanja, die mitgemacht hat und vielen Dank an Markus und Helge für Kamera und Schnitt. Euch vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.